Peace, Leute, was geht. Martin Freisel und Dominik Drexler sind unsere zwei Neuzugänge auf Schalke. Martin Freisel übernimmt das Toilett für Ralf Herrmann, denke ich mal, weil er positiv auf Corona getestet worden ist. Martin Freisel war, ich weiß, ich kenne ihn, keine Ahnung, wo der war, auf jeden Fall auch bei Sandhausen. Dann ging er zu einem komischen Land, weil ich kenne ihn selber nicht. Dann war er vereinslos und jetzt ist er bei uns auf Schalke. Und Dominik Drexler war beim 1. FC Köln und jetzt geht er zu uns. Auf die 10er, ich denke, Dimitros Kramotzes wird ihn, denke ich, mal direkt einsetzen. Und ja, tschüss.